Insofern ist also die Annahme, dass da eine Art Geheimwissen wäre, das mich nicht erreicht hätte, falsch. In den Antwortbriefen der Atomkraftwerke-Betreiber wird auf die Frage, die in dem Vermerk aufgerufen wird, nämlich kann eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke Gas einsparen, weil Gaskraftwerke da nicht laufen, ausdrücklich Bezug genommen, nur eben negativ. Diese Frage, die ja richtig und wichtig ist, die wir die ganze Zeit diskutiert haben, wurde im März abschließend und verneinend beurteilt, weil eben die Brennelemente alle waren.